So, Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde Minigolf Simulator. Ich war's Deponia Doomsday und wir müssen jetzt hier aber endlich mal treffen und ich hoffe, dass ich so ganz... Oh, der Kettich ist süß. Okay, verdammt. Ah, muss man das jetzt machen? Ich glaube, das breche ich mal ab, dann will ich mal das Autorennen sehen. Überspringen? Ja, komm. Was? Okay. Autorennen. Ah, no. Und... Wow, dieses Motorrennen. Fanzco! Das war lustig. Rufus! Was sitzt du denn da rum? Das solltet ihr unbedingt wiederholen. Ich glaub, da hinten will einer was von dir. Okay, das ist nur eine Chronicle. Rufus, wir stehen am Rande einer Zeitschleife. Das wird sich alles wiederholen. Und warum regt der sich so auf? Keine Ahnung, ich versteh nur... Zum Glück bin ich ein Experte im Schlabberlippenlesen. Okay. Ich fürchte, es gibt ein Zeitreset, der... Ich glaube, es heißt Zeitreset. Es gibt ein Zeitreset und der steht kurz bevor... Zeitreset? Es blägt der Chor. Also für mich klang das eher wie Zeitreset steht kurz bevor... Ja, aber das würde ja keinen Sinn ergeben. Es sei denn natürlich... Oh oh. Okay. Und wo kommen wir jetzt wieder hin? Ah. Dann nix wie raus. Weil dieses Mal haben wir bestimmt Zeit. Und ich schätze mal, dass wir hier im Aufzug mit Gold sprechen können. Aha. Äh, können wir so vormohlen? Goal? Ja? Wer spricht da? Mein Name spielt keine Rolle. Na, das sehe ich aber anders. Ich habe es zufällig sehr eilig. Wenn du nicht mal deinen Namen über die Lippen bekommst, kann ich dir auch nicht helfen. Mein Name ist Rufus. Hm. Ich kenne keinen Gufus. Es heißt ja auch Rufus. Kuschus? Rufu? Kuh. Nein, Ruh. Aber mit Fuß. Kuhfuß. Nein, ich lache egal. Du darfst nicht gehen. Jetzt reicht's mir aber. Wer bist du? Hat dich mein Vater geschickt? Wenn ja, kannst du ihm ausrichten, dass ich meine eigenen Entscheidungen treffe. Und dass er mir nachspionieren lässt, ist wohl der Obergipfel. Wenn er mir was zu sagen hat, soll er das gefährlichst persönlich machen. Dieses Gespräch ist beendet. Na, nein, nein. Go, go. Keine. Okay. Jetzt müssen wir wieder in die Zeitschleife. Ja, Rolli. Nein. Na, die sind ja los. Nichts hier hin. Ach du dicker Vater. Das Hochboot hat bereits abgelegt. Was mach ich denn jetzt? Mist. Willst du meinen Vorschlag hören? McCronicle? Was machst du denn da immer noch in den Schächten? Mich nicht einmischen. Wahnsinnig produktiv. Besonders jetzt, wo die Zeit resettet wurde. Ich weiß. Irgendjemand muss die Kobel am Chronokar benutzt haben. Und jetzt muss er noch einmal Grill Donnerstag feiern. Das wird ihm eine Lehre sein. Geschieht ihm recht. Ich fürchte nicht. Wenn er keinen Aluhut auf hatte, wird er es heute Abend wieder genauso tun. Und dann wieder. Und wieder. Und wir stecken hier fest und können nichts dagegen tun. Das ist das Ende der Zeit, wie wir sie kennen. Du meinst, dieser Tag wird sich ewig wiederholen? Hm. Wovon ich mir Schlimmeres vorstelle. Bitte was? Das war kein so übler Tag. Ich hatte Spaß. Schauen wir mal, wo das Gold da ist. Vielleicht kriege ich sie ja in der nächsten Schlaufe überredet. Dann würde ich aufhören sie zu überreden. Und dann wären wir glücklich für alle Zeiten auf Elysium. Aber so geht das doch nicht. Die Zeit würde niemals voranschreiten. Ich hab's schon verstanden. Du kannst dir deinen Werbeblock sparen. Aber... Ach... Was hab ich nur angerichtet? Okay, dann wieder den Aufstuhl. Aufstuhl? Was? Aufzug. Und hallo, Ronny! Ronny! Wo soll ich dich hinbringen? Du könntest ein wenig Spaß vertragen. Also schlage ich die Pfannsauen vor. Ja, Pfannsauen. Pfannsauen? Oh ja! Das klingt nach Pfann! Dann ist es entschieden! Auf! Auf! Zur Pfannsauen! Willkommen in der Pfanns! Sammle 10.000. Wähle ab und vor 8.000. Okay. Pool. Wieder vorziehen. Auto rennen. Das war ja ziemlich einfach hier. Einfach gut rückgreifen. Irgendwann überrückt man. Wenn du jetzt weitergehst. Ich finde du übertreibst. Man kann den... ein bisschen schlafen. Du? Ja, Zeitsteife. Nein, warum gibst du nicht weitergehen? Okay, wenn wir einfach darüber nicht packen. Das trennen machen, dann kommen wir einfach in die Zeitsteife. Sehr schön. Okay, also, Helm nehmen, raus, Terminal, ob das bereit ist. Ah, Helm! Interface erkannt. System verbunden. Willkommen, Herr Oberkontrollrat! Es wurden neue Notfallüberbrückungsoptionen hinzog, wenn Sie die Illusion erinnern. Aha! Nennen wir das mal Plan P. P wie pur im Todfall. Verdammt! Weil ich es verbiete. Weil ich es verbiete. Ach, ist das so? Kleine Neuigkeit. Ich bin keiner von deinen Organon-Soldaten. Ich gehe nach Deponia und damit Basta. Oder gibt es noch einen richtigen Grund, warum ich hier bleiben sollte? Weil du Hausarrest hast. Hausarrest? Ich bin keine 14 mehr. Außerdem, die Verlobung mit Cletus war doch deine Idee. Sollte ich nicht ein wenig Zeit mit meinem zukünftigen Ehemann verbringen? Äh, das lohnt sich nicht. Die Verlobung ist abgesagt. Das hier ist keines von deinen Sprengmanövern. Es geht um meine Zukunft. Und wenn ich möchte, dass die im Müll beginnt, dann kannst du da herzlich wenig gegen unternehmen. Ich gehe nach Deponia und damit Basta. Oder gibt es noch einen richtigen Grund, warum ich hier bleiben sollte? Weil ohne dich alles doof ist. Weil ohne dich alles doof ist. Hast du schon wieder getrunken, Dad? Was? Nein! Ich... In diesem Zustand werde ich bestimmt nicht mit dir diskutieren. Ich gehe nach Deponia und damit Basta. Oder gibt es noch einen richtigen Grund, warum ich hier bleiben sollte? Weil ich sonst die Selbstzerstörung aktiviere. Bitte was? Okay, ich kann dich nicht mehr ernst nehmen. Mach was du willst. Ich rede nicht mehr mit dir. Selbstzerstörung? Ähm... Hey, was tust du? Ich leite die Selbstzerstörung ein, wie versprochen. Das wagst du nicht. Na dann, pass mal auf! Ha, ich wusste, dass du blöffst. Mach's gut, Dad. Verdammt! Das sah eigentlich vielversprechend aus. Mit den richtigen Notfallcodes könnte ich sie bestimmt überzeugen. Ah, verdammt! Wo kriegen wir denn jetzt die Codes her? Hm... Wann überlegen? Die Codes müssten hier Argus haben? Oder Ulysses selbst? Oder... Ach ja, keine Ahnung. Hm... Ich glaube, wir sollten jetzt erst einmal... Zündschleißen. Ronny! Wo soll ich dich hin? Du könntest ein... Nein, ich will erst einmal zündschleißen. Nein! Ich muss schleusigst zu den Schleunen! Äh, schleunigst zu den Schleusen! Na, die sind ja heute extrem beliebt! Los geht's! Boah, wie ich diese Blumen mittlerweile hasse! Oh, Mac? Ja? Kannst du Goal bitte beim nächsten Mal aufhalten? Kannst du Goal bitte beim nächsten Mal aufhalten? Ohne sie könnte das hier auf Dauer ganz schön müde werden. Unmöglich! Als sie hier vorbeikam, steckte ich noch in der Röhre fest. Außerdem halte ich deinen Plan für ziemlich ichbezogen. Ach! Du findest mich egoistisch! Wie oft hast du denn die Welt gerettet oder dich für andere in den Tod gestürzt? Hm? Denk dran! Noch hast du das alles nicht getan! Das sehe ich anders! Ich finde, ich habe mir zur Abwechslung mal ein und wenn sie nicht gestorben sind verdient. Äh, nur um sicher zu gehen, dass ich diese Zeitreisesache richtig verstehe. Nur um sicher zu gehen, dass ich diese Zeitreisesache richtig verstehe. In welcher Zeit sind wir noch gleich gelandet? In welcher Zeit sind wir hier noch gleich gelandet? Ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, dass wir Donnerstagmorgen haben. Grilldonnerstag? Ganz genau! Unsere Reise hat insgesamt etwa minus zwölf Stunden gedauert. Ha! Heute Abend werde ich in Kuwak ankommen. Im Südquadranten geht gerade die Sonne auf. Ich liege also bereits im Ballon und schlafe tief und fest. Und ich steige in Porta Rustica ins Kronka. Unvorstellbar, ich weiß. Wenn man so fantasielos ist wie du vielleicht. Sag mal, heißt das wir existieren jetzt doppelt? Klar, Mann. Heißt das wir existieren jetzt doppelt? Ja. Bis wir heute Abend das Time-Pod klauen. Klauen ist ein so hartes Wort. Wie wäre es mit für eine Probefahrt ausleihen? Ach, du wolltest es also zurückbringen. Genau! Und dann wurde es uns geklaut. Ja, so ist es doch. Fast, Cindy. Wie du die Geschichte je nach Bedarf änderst. Geschichte wird nun mal von Gewinnern geschrieben. Wieso denkst du, dass sich unsere Vergangenheits-Ichs wieder genauso verhalten werden? Wieso denkst du, dass sich unsere Vergangenheits-Ichs wieder genauso verhalten werden? Ganz einfach. Weil wir nicht nach dort unten resettet wurden, sondern hier hin. Heute Abend, in der vergangenen Zeitschlaufe, hat nur ein McChronicle existiert. Der auf Elysium. Der andere hatte ja das Time-Pod geklaut. Und da dessen Erinnerungen jetzt in meinem Kopf sind, ist wohl davon auszugehen, dass der da unten leer ausgeht. So viel zu ganz einfach. Wie kommen nur diese neuen Zeitresets zustande? Wie kommen nur diese neuen Zeitresets zustande? Das wüsste ich auch gern. Irgendwer benutzt offenbar die Kurbel am Chronokar. Leider haben wir hier oben keine Möglichkeit es zu verhindern. Das ist das Ende der Zeit, wie wir sie kennen. Wenn du das sagst, klingt das so negativ. Ich glaube nicht, dass sich dieser Tag für alle Zeiten wiederholen wird. Ich glaube nicht, dass sich dieser Tag für alle Zeiten wiederholen wird. Wenn dem nämlich so wäre, wie konnten wir dann vorhin in die Zukunft reisen? Großer Gustav, du hast recht. Tja, das heißt dann wohl, dass du den roten Alarm wieder abschalten kannst, was? Es heißt vor allem, dass hier noch viel mehr vor sich geht, als wir gedacht haben. Als du gedacht hast? Ich denke grundsätzlich nicht, bevor mir die Konsequenzen meines Handelns zur Analyse vorliegen. Eigentlich kann ich mir das auch selbst zusammenreiben. Eigentlich kann ich mir das auch selbst zusammenreiben. Tu das. Es macht ja eh keinen Unterschied. Okay, können wir hier noch irgendetwas machen? Was haben wir hier? Echsenhaut. Und hier ein Schlegel. Wenn wir mal die Echsenhaut einschlegeln mit. Oh Mann, was ist denn ein Schlegel? An mir ist ein großer Perkussionist verloren gegangen. Leider brauchte Tonis Mutter das Becken anderweitig. Wer lässt sich auch Prothesen nach Hause liefern? Alter. Warte mal, ein Schlegel war doch meine ich das für ein Xylophon, oder? Hier dieser Schläger da. Der war nicht genau sicher. Können wir das Gegengemisch eigentlich minnen? Und das mit der Echsenhaut austauschen? Geht das? Da hängt man Dinge auf, die eine Schlaufe haben. Kleiner Tipp. Die Zeit ist es nicht. Hm. Was können wir denn dann machen? Wir könnten jetzt... Ich glaub, wir werden das... Können wir jetzt einen Schlegel nehmen? Äh, Moment. Und dann können wir das mit dem Schlegel... Ah! Äh, gehen wir nochmal nach den Chillout-Zone. Ähm. So, das Katzen. Und... Streichel die... Bist du einer von den Ältesten? Ja. Aber gib dir keine Mühe. Der Ältestenrat tagt erst wieder in einer Woche. Es sei denn, jemand gewinnt die 10.000 Spaßpunkte aus dem Fun-Zone-Wettbewerb. Aber die Aktion ist gerade erst gestartet und an einem Tag nicht zu schaffen. Also, warum lehnst du dich nicht einfach zurück und streichelst stattdessen ein paar possierliche Streifen, Zobel? Warum? Na, weil... Verdammt! Er hat einfach die besseren Argumente. Hm. Können wir hier irgendwas mitnehmen? Was haben wir hier? Eine Klappe? Die ist jetzt so süß. Ein Datasettenfach. Okay. Ich will dich auch streicheln. Wow! Sonst noch etwas... Was haben wir denn hier? Vollpendinger-Sgenerator. Was? Äh... Ich dachte, das ist ein Schiss, also... Hilfe wird überfordert. Hm. Gehen wir doch mal woanders. Vielleicht aber zu dem Ältestenrat. Äh... Ähm... Bin ich hier richtig? Ich wollte zum Ältestenrat nicht zu Betreutes wohnen. Äh... Oh, ein Drink. Ein Bällebad. Igitt! Die sind ja ganz wachsig. Die Sonne scheint sie etwas angeschmolzen zu haben. Plastikbälle... Hallo, Ältester Quatre. Hey, du! Aufwachen! Ich bin wach. Ich muss unbedingt beim Ältestenrat vorsprechen. Gerne. In einer Woche haben wir wieder unsere administrative Zwischensitzung mit Mondzipfeln. Vergiss nicht, deine Kuchengabel mitzubringen. So viel Zeit habe ich nicht. Wir sind in einer Zeitschleife gefangen. Ich brauche die Audienz heute. Eine außerordentliche Sitzung? Hahahaha! Du machst mir Spaß. So etwas ginge nur im Katastrophenfall. So etwas ginge nur im Katastrophenfall. Oder natürlich, wenn jemand 10.000 Spaßpunkte erreicht hat. Aber... Äh, ich muss dem Ältestenrat wirklich dringend heute noch sprechen. Eine außerordentliche Sitzung? Hahahaha! Du machst mir Spaß. So etwas ginge nur im Katastrophenfall. Oder natürlich, wenn jemand 10.000 Spaßpunkte erreicht hat. Wir sind in einer Zeitschleife gefangen. Wir sind in einer Zeitschleife gefangen. Ja, auf Elysium ist wirklich ein Tag wie der andere. Einfach herrlich. Ich spreche hier aber von einer temporalen Anomalie. Das Gefüge von Raum und Zeit ist am zerbröseln. Damit kenne ich mich leider nicht aus. Meine Verantwortungsbereiche sind Protokoll führen und Gebäck bereitstellen. Vielleicht solltest du nächste Woche mal eine Audienz beim Ältestenrat machen. Du musst das Hochboot aufhalten. Du musst das Hochboot aufhalten! Das kann ich nicht entscheiden. Aber ich könnte dir als Trost einen extra Streuselplunder zum Frühstück bringen lassen. Ach, nee. Wobei, geht das auch heute? Nein. Ach, Doppeloch, nee. Ich kann beweisen, dass Deponia bewohnt ist. Ich kann beweisen, dass Deponia bewohnt ist. Wirklich? Das wäre zwar schade um meinen I love Utopia Schal, aber deshalb nicht weniger sensationell. Offenbar nicht sensationell genug, um deinen Breiarsch aus der Hängematte zu bekommen. Genau. Wenn deine Geschichte stimmt, wird das Inspektionsteam das in wenigen Wochen bestätigen. Und so lange kann ich noch an einem Sorry-Deponianer, dass wir euch beinahe ausgerottet hätten, Schal arbeiten. Ich bekomme jetzt keine 10.000 Spaßpunkte zusammen. Ich bekomme keine 10.000 Spaßpunkte zusammen. Geduld! Wir haben den Wert extra so hoch angelegt, dass es unmöglich ist, ihn an einem Tag zu erreichen. Aber es gibt nur diesen einen Tag. Und dann fängt alles wieder von vorne an. Du meinst dein Punktekonto wird gelöscht? Ja, genau, ja! Hm. Dann sollten wir den Computerkern überprüfen. Ich schicke jemanden. Na endlich! Gleich morgen! Boah! Danke für nichts! Danke für nichts! Keine Ursache! Das ist mein Job! So, sonst noch was hier? Nein! Habitat-Ring. Ach so, hier sind wir. Mal schauen, habe ich noch irgendwas hier übersehen? Bilder... Oh, ein Klo! Ich bin am Ziel! Und es ist noch viel schöner, als ich es mir in meinen feuchtesten Träumen ausgemalt habe! Jaaaa... Und mit diesen Worten werden wir nicht mal diese Folge, ne? Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ansonsten einen Daumen nach unten und einen Kommentar. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss, tschüss!